Das ist halt schon dieses, im Vergleich zu anderen Fächern, dass man eine sehr akute Situation hat und schnell ein positives Ergebnis seines Handelns sieht. Wenn jemand todkrank zu einem kommt und man macht das Richtige und der lebt ein paar Stunden später wieder stabil, dann hat man eigentlich quasi sein promptes Erfolgserlebnis. Untertitelung des ZDF, 2020